Mangelnder Warenbestand, komplizierte Bestellabwicklungen und leere Versprechungen. Kennen Sie das auch? Den Ärger, die Kosten und die Zeit können Sie sich sparen. Mit Reka bekommen Sie einen starken Partner an Ihre Seite, der mit individuellen Servicedienstleistungen und hochwertigen Produkten für Sie da ist. Reka Seco beispielsweise sorgt für eine reibungslose Logistik Ihrer Lagerbewirtschaftung. Alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Wer wünscht sich das nicht? Gemeinsam mit Ihnen legt Ihr Außendienstmitarbeiter das Produktsortiment fest, definiert die Mindest- und Maximalbestände pro Artikel und übernimmt sogar die Einlagerung, sofern gewünscht. Für die automatisierte Warenausgabe gibt's Reka iStorage in vier Varianten. iStorage ist ein Automatensystem, das Ihren Mitarbeitern rund um die Uhr Zugriff auf zum Beispiel Werkzeuge, Arbeitsschutz oder Verbrauchsartikel ermöglicht. Das Sortiment und die Zugriffsrechte für eine kontrollierte Warenausgabe bestimmen Sie allein. Praktischer, individueller und sicherer geht nicht. Und damit das nicht passiert, gibt es den Reka Dübel Service. Reka fertigt für Sie auf Basis Ihrer Angaben einen Befestigungsvorschlag an und berücksichtigt hierbei Ihren favorisierten Dübel. Reka unterstützt Sie zudem beim Thema Gefahrstoffmanagement. Zu jedem kennzeichnungspflichtigen Produkt können Sie alle gesetzlich geforderten Unterlagen auf Knopfdruck herunterladen. Die Dokumente sind in einer Datenbank gespeichert, in der Sie auch über das Lieferprogramm von Reka hinaus kennzeichnungspflichtige Produkte aufnehmen und Ihr eigenes Gefahrstoffverzeichnis ausdrucken können. Dadurch sind Sie immer auf dem aktuellen und rechtssicheren Stand. Und Sie sind auf Prüfungen der Berufsgenossenschaft bestens vorbereitet. Eine effiziente Ausstattung des Arbeitsplatzes ist das A und O für den reibungslosen Arbeitsalltag. Deshalb bietet Reka Ihnen Max-Mobil-Fahrzeugeinrichtungen und Betriebseinrichtungen. Egal, ob Sie mobil mit Ihrem Transporter auf der Baustelle sind oder Ihren Arbeitsplatz neu ausstatten möchten. Reka berät Sie und plant Ihre maßgeschneiderte neue Einrichtung. Ihre Anforderungen, Funktionalität und Sicherheit stehen dabei im Vordergrund. Neben den eben erklärten gibt es noch eine Reihe mehr Reka-Services. Mehr dazu finden Sie auf unserer Webseite. Auch online ist Reka für Sie da. Im Online-Shop, über die Reka-App oder über WhatsApp können Sie schnell und unkompliziert Bestellungen vornehmen. Mit dem Schnittstellen-Service geht's sogar noch einfacher. Damit all Ihre Wünsche zu 100% erfüllt werden.